Guten Abend! Guten Abend! Hallöchen! Wir spielen heute wieder Kingdom Newlands und... Wir werden hier eine Runde Dinge tun. In Richtung muss ich? Ah ok. Die Frage ist jetzt auf welche Insel ich anfange. Ich hoffe natürlich auf der Insel, die wir zuletzt tatsächlich hatten. Ich hätte gerne hier und hier jeweils ein kleines Ding. Dann schauen wir doch mal an die Insel. Wir haben einen Händler! Halleluja! Ich fürchte wir fangen ganz am Anfang an. Aber wir haben einen Händler, das ist gut. Eine Solid Source of Green Zink. So, ihr beiden sollt auf jeden Fall dabei sein. Hier haben wir unser Schildchen. Schildchen. Was auch immer du bist. Nice. da kommt der steck okay das heißt wir müssen uns hauptsächlich nach links verteidigen das heißt wir sind wieder auf einer der anfangs inseln irgendwann wenn wir weiterkommen nachdem wir die richtung die auch den händler haben brauchen wir die richtung auch nicht wirklich zu expandieren das ist okay und alle die von hier aus kommen sind sowieso groß und sogar sehen alles gut fertig friss allöchen king na wie geht's morgen ist freitag und dann beginnt der urlaub also mir geht es schlecht ja dann weißt du was du noch tun musst eindeutig mehr arbeiten damit es nicht so gut geht ich weiß es ist nacht ich gehe trotzdem mal erkunden ich kann ja jederzeit fliehen übrigens in foxhole hat heute ein neuer krieg angefangen also vor einer stunde heute habe ich das spielchen hier geplant ich wollte es dir nur sagen nicht dass du dich wunder ist dass du unterjoinst gut die fraktion konntest du sowieso auswechseln alles wieder weg ist quasi der technik von vorne anfängt ich bin doch jetzt bei den orden ja auch jetzt darfst du dadurch dass es neu anfängt darfst du theoretisch wieder wechseln auch ich darf jetzt wieder wechseln wow so beginnen wir doch gleich mal mit dem abbauen hier ja 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 die richtung brauchen wir nicht wirklich irgendwas schützen von daher ich habe jetzt keine luste die ganzen wegdach zu dem lager nach hinten zu rennen oder das ist ja auch entstand ich es ich Hast du wieder was von vorne angefangen? Ja, jedes Mal, wenn ich sterbe, muss ich von vorne anfangen. So ist das nicht. Als hätte ich da die Wahl. Ja, es ist Nacht, rennen die anderen Jobs an. Hast schon recht. Auf der anderen Seite, die beiden hier brauchen auch noch ewig. Nicht den Hammertypen. Der Hammer. Aber ich habe noch genügend Geld für den Hammer. Na gut, da liegt ein Schutz bei, also von daher. Der Händler kommt gerade auch zurück. Und auf jeder Insel wächst ja von vorne an, also von daher. Der Händler kommt gerade an, also von vorne an, also von vorne an, also von vorne an. So, jetzt schauen wir mal, was das da hinten war, äh, wo wir Dinge tun konnten. Oder, ich weiß nicht, ob wir da Dinge tun konnten. Jetzt rennen wir halt durch die Gegend. Jetzt kommen wir mal. Jetzt kommen wir mal. Uh, nice. Galoppus Hirsch. Ich habe das Gefühl, der ist ein bisschen schneller als unser Pferdchen. Nein, hier ist keiner. Ach, verdammt mal, das Ding hätte ich nicht wegmachen sollen. Ach, egal. I do, just. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020